Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bräuchte mal eure Hilfe oder euren Rat. Es gibt um eine bestimmte Sache. Und zwar, ich habe hier alle vier Brutstätten gefunden. Einmal hier oben. Die Otter, die habe ich abgeschlossen. Dann habe ich hier die Moo abgeschlossen. Dann habe ich hier die Gemini abgeschlossen. Das ist eine von den Neben- oder die Hauptmissionen, was dabei ist. Dann habe ich die Brutstätte Kapa abgeschlossen. Und, wo war die andere? Die war hier auch irgendwo. Hier unten ist sie. Die Tee abgeschlossen. Und dann ist ja noch durch die Hauptmission die Basis. Da war ja auch noch eine Brutstätte dabei. Also habe ich insgesamt sechs Brutstätten. So, eine Sache geht es mir trotzdem. Wenn ich jetzt hier in der Hauptbasis bin und gehe hier in die Fabrikationsterminal rein, habe ich ja hier all meine Tiere. Hier müsste ich noch welche Teile noch suchen, die ich dann freischalten kann. Aber dann gibt es hier ganz rechts außen eine Maschine, die ist gold markiert. Die sieht man links oben in der Ecke, so goldlich. Und da steht da, ich habe noch keine Brutstätte gefunden. Wo finde ich die? Wo finde ich diese Brutstätte, damit ich diese Maschine freischalten kann? Und dann vor allem, was ist das für eine Maschine? Das würde mich mal interessieren, weil, wenn ich jetzt hier auf Nordizburg gehe und um Maschinendialog gehe, habe ich ja all meine Maschinen, die ich gefunden habe. Und trotzdem, fällt mir trotzdem in der Fabrikationsterminal diese goldene Maschine. Die zeige ich euch nochmal. Da ist sie. Die fällt mir noch. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr sie gefunden habt und ja, wo finde ich die? Was muss ich da machen? Das wäre echt super von euch. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo würde ich mich richtig freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.